Mein Freund macht auch keinen Sport, deswegen passen wir auch hervorragend zusammen. Wir machen keinen, beide keinen, aber er ist ein Durchlaferhitzer, weißt du, so einer, wo nix dran geht. Daher, ach, schlimm, ne? Erst dachte ich, Schilddrüsenüberfunktion, nee, da geht einfach nix bei. Der isst ne Pizza verbrannt, ich guck die an, Pizza hilft dir die Mare. Nix geht da dran, aber im Winter ist das natürlich praktisch, ne? So ein Schnellverbrenner ist ja heiß. Bettdecke hoch, Hitzewelle. Jetzt hab ich überlegt, mit der Energiekrise, ob ich den bei Fernwärme anmelde. Also, wenn ihr den haben wollt. Nein, aber ist super, wenn du mit so jemandem zusammen bist, ne? Also, wenn der richtig nachts dann so warm wird, das ist klasse. Dann, wenn der richtig tief schläft, dann hau ich da zwei Kellen Wasser und einen Thymianzweig drauf. Hab ich meine eigene Sorgen. Wenn der richtig tief schläft, lade ich noch eine Freundin dazu.